Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham City. Ja, wir sind immer noch auf dem Weg in den Wanda Tower. Haben den Aufzug erfolgreich gehackt. Ah nein, Ubu Strange, das glaube ich nicht, dass du gewonnen hast. Ja, der gute Hugo Strange, ultimativ böse. Und erkennt er die Identität von Batman. Okay. So, hauen wir die erstmal kaputt. Jetzt darf sich nur keiner die Waffe nehmen. Oah. Nein. Okay. Warum muss ich immer der Typ mit dem, mit dem Schutzanzug da die Waffe nehmen? Das ist doch ätzend. Als ich den Kampf jetzt überhaupt noch schaffe. Oah. Jupp. Ah, könnte knapp werden. Aber hat nochmal geklappt. Okay. Ja. Missile Lock. Struktur ist in. So, jetzt geht es nur darum, rauszufinden, wie man da hochkommt. Okay. Dann hacken wir mal. Dann hacken wir mal. Ne. Safeguarding. Ah, sehr schön. Ah, nein. Das war, äh, nicht so ganz geplant. Äh, das auch nicht. Mensch. Gut, dann, dann machen wir das einfach so. Ich dachte, man kann einfach da jetzt mal so, ich soll mal geschickt runterspringen und dann, na, runter. Geschickt runterspringen und dann sich einfach da an der Seite festhalten. Aber, Batman will das wohl nicht. Okay, war wohl nur die Riddler-Trophäe. Wollte ich mal sagen, hier geht's gar nicht lang. Okay. Aber, man kann hier hoch. Okay. Wow, der Blitz, äh, kam, äh, unerwartet. Also, um auf solchen, bei solchen Höhen, auf so einem Ding zu balancieren, muss man ja schon eine unglaubliche Körperbeherrschung haben. Oh, er ist nicht zerstört. Oh, sehr zerstört. Rekord, um Feuer wieder zu holen. Ich will das Museum gone, Captain. Oh. Ich bin näher am Topf. Ich werde ihn stoppen. Ich weiß. Er hat hunderten Menschen getötet, und er hat die ganze Zeit von der Stadt getötet. Es ist verrückt. Er arbeitet mit jemandem. Ich will, wer, wenn ich, wenn ich die Zeit stoppe, Protokoll 10. Ja, das ist ja auch noch offen. Sag mal. Ah, okay. So geht's auch. Ähm. Ja, Hugo Strange, äh, arbeitet ja offenbar nicht alleine. Sag mal, wer das Batman-Universum so ein bisschen kennt, müsste eigentlich mittlerweile schon wissen, mit wem er zusammenarbeitet. Ich verrate es mal nicht. Zumindest, es müsste ja, wie gesagt, wer das Batman-Universum kennt, müsste halt eben eventuell schon wissen, mit wem er zusammenarbeitet, ähm, halt doch recht offensichtlich ist. So. Ich hoffe, diesmal kommen wir da hoch, ohne irgendwie groß runterzufallen wieder. Das wäre jetzt total schön. Hm, ob das so richtig war? Ja, ich weiß ja nicht. Ja, und anscheinend scheint es den Tigerguards ziemlich viel Spaß zu machen, äh, Arkham City in Schulternasche zu legen, inklusive der Tötungen, die sie dadurch verursachen. Okay. Höher ist immer gut. Ah, das ist... Okay. Offenbar ist Hugo Strange vorbereitet, dass wir eventuell ankommen können, aber gut. Das sollte, sollte er auch sein. Was ist ein Batman, wenn jemand runterfällt? Hugo Strange, was denkst du dir dabei? So. Wir dürfen uns hier ein bisschen durchsturfen. Ist jetzt nur die Frage, wo man da am besten reingeht. Okay, den einen haben wir schon mal ausgeschaltet. Ich will ihn jetzt stoppen. Der Batman muss nicht dieses Raum leben lassen. Ach. So. Wenn ja hier jetzt jemand vorbeikommt. Oder wir uns hier eine günstige Angriffsmöglichkeit schaffen können. Na, da geht es nur wieder raus. Ich glaube... Hm. Das ist es. Er ist hier. Take him out. Or I will make you all suffer. Ich glaube... Die besten Chancen haben wir ja eigentlich hier. Oh, da kommt einer runter. Nein. Nein. Ja. Hugo Strange. Hast nur Schiss. Versteckst dich da hinter deinen Wachen und hinter deinem... Äh... Weiß ich nicht. In deinem Glaskasten da. Aber das wird dich nicht schützen. The Batman has been to the room. Das wird dich nicht schützen. Oh. Oh. Okay. Der darf mich jetzt nicht finden. Du bist nichts für mich, Batman. Du hiebst hinter diesem Masch, aber ich werde es aus deinem verbrüllen Gesicht verbrechen und zeigen dir die Welt, was wirklich liegt. Ich glaube es. Das wirst du nicht tun, Hugo. Ich muss bei Hugo Strange übrigens immer an... Kennt ihr diese alte Fernsehsendung Hugo? Äh... Wo so Anrufer übers Telefon so irgendwelche Spiele spielen mussten. Irgendwie muss ich immer daran denken, wenn ich diesen Namen höre. Da war ich, glaube ich, noch sehr klein, als diese Sendung im Fernsehen lief. So, mal gucken. Vielleicht kann ich den jetzt auch wieder ausschalten von hinten. Batman! 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 Okay. Hat geklappt. Auch wenn wir uns nen Schuss eingefangen haben. Ah, da kommt einer. Okay. Mal gucken, wenn der sich jetzt nicht umdreht. Ja, dreh dich bitte nicht um. Ich glaube nicht. Ich weiß, dass du da bist. Du kannst das nicht. Du hast nicht gewonnen. Du kannst nicht gewinnen. Ich, Hugo Strange. Und du bist der Erfolg? Ich habe Gotham geschaut. Korakel. Korakel, Schutzen diesen Ort ab. Mit seinem Willen. Du hast allescheckt verloren. Alles? Geh deine Hand auf mich! Schau dir, was du hast getan! Es ist glücklich, oder? Du hast es geschafft, Strange. Ich habe künstler Freunde, Batman. Das ist nur das Beginn. Du kannst mich nicht verhäten. Soon, ich werde die Kräfte außerhalb von deinem Verstand. Ich habe geschafft, was der Great Batman niemals getan hat. Gautam will forever thank Hugo. Strange! Ihre Part in das ist vorbei, Professor Strange. Warum? Ich habe alles, was du wolltest. Ja. Du hast sichergestellt, dass Batman besser ist als du. Lass ihn sterben, Detective. Er war dein Puppet, Rache. Warum? Du sagst, ich kann dich verhäten. Das war unsere Vision. Und du hast es nicht verhäten. Aber... Wenn du mir mit dem Identität Batman kamst, ich habe dir diese Chance, zu prüfen, dein Wert. Und du mit irgendwelchen Ressourcen für dein Plan. Du hast sehr nahe. Aber du hast mich verhäten. Er wird sterben, Rache. Er braucht medical attention. Jetzt! Du hast wie du möchtest, Detective. Er ist bereits mitten. Ich bin sehr nahe. Ich bin sehr nahe. Ich bin sehr nahe. Nur noch mehr Zeit. Ich bin sehr nahe. Ich bin sehr nahe. Ich bin sehr nahe. Computer. Aktiviert. Protokoll. 11. Batman. What are you doing? Passcode. Wayne. Uh oh. Ja. Ra's al Ghul stand hinter all dem. Wie gesagt, wer die Batman... das Batman-Universum gut kennt sollte, hätte er es eigentlich... Also für den war das vorhersehbar. Ja. Und da schlürzt Ra's al Ghul in den Tod. Bruce, bist du okay? Die Tauere hat gerade explodiert. Ich bemerkte. Danke Gott, du bist gut. Ra's al Ghul war die Macht hinter Hugo Strange. Das ganze Ort war Teil des Planes. Du wirst du nicht. Wo ist er jetzt? Lass uns nur sagen, er braucht einen Weg nach Lazarus Pit. Hallo. Hallo. Is anyone there? I'll get back to you. Something's come up. Hallo Batman. I know you can hear me. I've not caught you at a bad time, have I? I was worried you may have forgotten about little old me. Take a look at your girlfriend. Oh, as you can see, is in danger of having a pretty little brain splattered all over this camera. Ha ha! Ignore him, beloved. Let him die. Oh, how romantic. Only problem is, I've never felt better. And we both know, you really can't ignore me. Can you? So listen Batman, I'm putting on a little show for you. It's going to be a doozy. A real red carpet affair. You'd better hurry though. If you take too long, a leading lady may be found dead in the dressing room. Ja, der Joker ist auch noch da. Und, ähm, ja, den müssen wir jetzt aufhalten. So, ne, auf der Karte steht's nicht. Ja, doch. Nur so das ungefähre Zielgebiet. Beziehungsweise, ne, das ist, glaub ich, Mr. Fleezes Frau. Okay. Okay, jede Menge Scharfschützen. Why are you taking you so long, Batman? Oh, hold on. I get it! You want me to off this annoying woman, right? Ha ha, I mean, she does go all over this with all that I am a great blah blah mystical mumbo-chumbo. Ha 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 ha, I'll tell you what. I'll do it. Aber du wirst mich. Okay. Ich werde dich bald sehen. Ja. Okay. Ja. Oh, Bats. Wenn du nur wusst, was ich planierte, wirst du einfach sterben. Ja, der Joker. Er ist noch da. Man hatte ihn schon fast vergessen. Aber nur fast. Und ja. Unser Job ist es jetzt natürlich, ihn zu stoppen. Und jetzt müssen wir uns das, glaube ich, nochmal angucken. Oder? Ne, doch nicht. Ähm. Ja. All Air Units report in. Cease Attack and return to base immediately. Repeat, return to base immediately. Fliegen wir nochmal kurz hin. Beziehungsweise, ja, ich sehe jetzt auch, wir sind schon ein bisschen drüber. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier mal einen kurzen Cut und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Batman Arkham City. Bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.